Yo, was geht ab, meine liebe Freunde? Der Rapper Sayed hat sich seit einigen Monaten wieder gemeldet und hat gesagt, okay, ich starte jetzt wieder durch und hat auch direkt ohne Ankündigung sein Album released, meine liebe Freunde. Engel mit der AK2 wird erscheinen. Passend dazu zu dem Release haut Sayed einige negative Äußerungen gegenüber einigen Alpha, ja, ich würde mal sagen Alpha-Membern aus, ja. Er hat sich sehr krass gegen den Rapper Gent ausgesprochen. Es folgten wirklich verbale Äußerungen, also nur von dem Rapper Gent, also der Rapper Sayed hat sich diskret gehalten und hat eher gesagt, ich werde mit Musik punkten und ich werde mit Musik antworten, meine liebe Freunde, ja. Der Rapper ist seit einigen Wochen wirklich krass am Ballen, der ist wirklich nur noch am Studio, am Aufnehmen, am Beats produzieren, am Texte schreiben, meine liebe Freunde. Er hat kürzlich einige Videos rausgehauen, ja, einige Snippets, kleine Sequenzen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall gab es ein kleines Statement von dem Rapper, das er gesagt hat. Yo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal schlafen und ich bin wirklich jeden Tag im Studio. Und ich kann euch einfach nur sagen, was habe ich für Präter gemacht, ohne dass ich mich selber pushe. Ich bin wirklich der letzte Mensch, der sich selber pushen möchte. Aber Alter, was habe ich gemacht? Zu verrückt auf jeden Fall. Ja, seid gespannt. Die meisten Rapper sagen immer, ja, das ist mein bestes Album, das ist mein bestes Album, aber ich könnte wirklich nicht nur meine rechte Hand, sondern meine linke Hand und mein Fuß und noch meinen Kopf ins Feuer legen, dass das definitiv mein bestes Album ist. Und ich werde jetzt auf jeden Fall schön schlafen, damit ich schön fit bin für morgen und wieder ins Studio gehe und alles zerstöre für euch. Engel mit der AK2. Wirklich das krasseste, wirklich krasseste Album seiner Karriere. Ich glaube, jeder Rapper behauptet das von sich, aber ich glaube bei Say It, ich meine, jeder, der die Rap-Skills von Say It kennt, der weiß, der hat vom Meister gelernt, von Kollegah. Also es wird in der Tat wirklich ein krasses Album werden, Freunde. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Jeder, der es sich bestellen möchte, bestellt es euch. Ihr werdet es nicht bereuen, Freunde. Also Say It ist wirklich ein sehr talentierter Rapper. Ich weiß, er hat in den letzten Jahren nicht gepunktet mit seiner Musik, aber meine lieben Freunde, mittlerweile gibt es ja nur noch Sing-Sang-Sachen. Also Say It ist da, glaube ich, in Sachen Sing-Sang schon etwas professioneller am Start. Er nutzt kaum Autotune, würde ich sagen. Also Autotune ist bei ihm nicht so krass am Start wie bei den ein oder anderen Rappern. Wir wollen natürlich jetzt keine Namen nennen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Release, meine lieben Freunde. Wer sich auch so krass freut wie ich, lasst es mich wissen. Ich wünsche euch was. Peace and Out.